Jo, meine lieben Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video mit dabei. Heute war wieder der liebe MIFID und ich freue mich absolut nicht, dass du mit dabei bist. Lukas, wie war deine Weihnachtstage? Es interessiert mich ein Scheißdreck. Ich hab ein Kissen bekommen. Super, Lukas, das ist super. Mensch, toll, dass wir wieder was zusammen aufnehmen. Für meinen Main-Kanal hat es mal wieder nicht gereicht. Wir befinden uns hier auf Revi-Gang, meine Freunde. Ja, Lukas, du wurdest. Zeiten ändern sich. Zeiten ändern sich und Zeiten ändern nicht. Leute, wenn ihr wollt, dass wir gemeinsame Reactions wie in guten alten Zeiten auf diesem Kanal hochladen, schreibt einen Kommentar, auf was wir reagieren sollen. Ob es die Füße von meiner Weibs dicker Mutter sind. Junge, du hast eine dicke Mutter. Nee, also die dicken Füße von deiner Mutter, weil die viel gelaufen ist. Weil die Wanderung... Ist egal, Leute, lasst mich da oben nach oben, abonniert den Kanal. Ich würde sagen, wir schauen uns heute mal wieder deutsche TikToks an, die extrem unangenehm sind. Unangenehmer als der Kanal von Lukas. Ich würde sagen... Ich kickele dir einfach, ne? Nein, 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 alles gut. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten. Let's go. Ganz kurzer Turm, die rausgesucht. Check out our brand new toilet design. Slightly raised up than normal, so you can aim with precision. Simply hop on and... Bro? Warum? I need that shit. Ich brauch das. Dicker, das ist ein Aimbutt fürs Kacken. Kennst du das nicht, wenn du richtig daneben scheißt, weil du zu viel machst? Nee, also... Ja, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. What the... Okay, was kommt der? Schnee! Koks? Das ist Koks! Ein Koksblock! Das ist kein Koks, Mann! Dicker, als ich gerade Koksblock gesagt habe, habe ich auf dem Mikrofon gesabbert. Was ist denn mit mir los? Ich habe noch nie Koks genommen, nur, dass ihr das wisst, ja? Äh, ja. Nochmal, ganz kurz. Hast du gesehen, wie satisfying das war? Bro? Ja. Guck doch mal. Yeah, oh, der Gott. Oh, krass. Ey, das wäre schon geil, wenn es so wäre in Minecraft, oder? Ja, aber ganz kurz, kannst du vielleicht auch Sound streamen, damit ich auch was höre? Boah, Lukas, ey, wenn es denn sein muss, wie mache ich das? Wie stelle ich das ein? Äh, Fenster, nicht Bildschirm übertragen, sondern die Anwendung. Boah. Starte deinen Media Player mit einem Video und dann... Ey, du bist so ein nerviger, ne? Sollte, dass ich irgendwas hören will, wenn wir ein React machen. Ja, ich mache jetzt, das nächste React mache ich alleine. Oh mein Gott, wie krass! Oh mein Gott, wie krass! Ja, mein Liebster, komm, rein da. So, bitteschön, bist du bereit? Klasse, ja. Okay, baby, baby. Mhm. Was macht der da? Äh, ich weiß... Warum? Ähm. Nein. Alter, einfach du nach deiner Geburt. Oh, nee, warum, warum? Oh nein, Bro, Bro, Bro. Ist das ein Lifehack, was ich mit meinem Hund auch machen kann? Nein, nein! Akani, komm mal her! Komm mal her! Guck mich nur an, er will nicht, okay? Er hat es verstanden. Ach, besser ist es. Das müsste ja beim normalen Hund auch gehen, eigentlich. Oh. Ähm, ich weiß ja nicht. Akani? Oh, oh nein, oh nein. Ah! Da braucht es nicht Platz! Guck mal! Junge! Akani, ja, guck mal da! Hä? Guck mal, siehst du das da? Soll ich dir auch einen Schlauch in den Arsch? Also falls irgendjemand von irgendeinem Tier schon zu einem zuguckt, bitte melde dich, Mann. Alles gut. Ja. Digga! Warum sollte man sowas machen? Warum? Oh! Okay. Ja? Okay. Nein, nein, nein. Nein, nein, warum? Digga! Ich hab voll Schlauch! Hä? Nein! Hörst du mal wieder zu heißen, Alter, geil! Digga, dann fahr doch einfach nicht dagegen und warte doch einfach, die Pommes werden doch auf natürlicher an, Mann. Oh. Wie ist dein Verhältnis zu Geld und was bedeutet Geld für dich? Geld ist nicht wichtig. Viel Geld ist wichtig. Alter, einfach Standard-Skill in zehn Jahren. Chillig, Digga! Das ist es. Das ist es, Mann. Das ist schwer, oder? Im Gemüseladen in Dänemark. Diese Sounds, Junge. Das ist einfach rückwärts. Perfekt. Scheiße, Mann. They bugging, Bro. What, Bro? Bro. Bro. She made fucking bangs. What the fuck? Hä? Come on! Er hat einen Scheibenbissar für sein... für das Kind an die Bildschrift. Guck mal! Guck mal! Bro. She made fucking bangs. What the fuck? Schlecht, ey. Warum? Digga, wieso? Wieso? Wie nervig. Stell dir vor, du guckst einen Film, wie ab... Hä? Digga, Junge, du willst dir einen in Ruhe wedeln, das Ding? Ach, scheiß drauf. Ja, nein! Junge, nein! Ja! 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 Das ist einfach wirklich meine Standardskill zu Hause. Er hatte doch das Auto, oder? Er hatte das auch, ja. Genau in der Farbe auch, ne? Ja, ja. Hast du den in der Farbe, ne? Ne, in Weiß. Digga, da bin ich mal mitgefahren, ne? Ja. Hab den kaputt gemacht. Ja, du bist auch kaputtgefahren. Für euch, Leute. Ich kann nicht warte, nach Hause zu sehen und meine Mutter zu sehen. Oh, oh. Alter Scheiße, Mann. Oh mein Gott. Warum? Ach, der Affe. Ah, natürlich, ich sehe die ganze Zeit... Ja? Ich sehe die ganze Zeit, dass ich meinen Chat noch im Video eingeblendet habe. Entspannend. Da sitzt da wohl die Facecam drüber. Alles klar. Super, danke dafür. Und dann in deiner Cousine sitzt. Digga, kennst du das, wenn kleine Kinder dich einfach nur angucken? Digga, die gucken einfach nur, da haben die doch so Rotze irgendwo. Digga, das ist das Gute, dass er keine immer kleine Kinder beißt. Ah, kennst du das. Ah, einfach mal Jungfrau bleiben. Warum? Ja. Digga, also... Warum auch einfach... Einfach ein Knopf oder so? Nee, also, es ist mal wieder einfach nur perfekt, Mann. Sam. Oh, ich bin der Mann. Oh, ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Oh, ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Oh, oh, oh. Der glückliche Mann. Junge, Alter. Schau ihn dir an, Digga. Mit der Wurst im Mund. Ey, ganz ehrlich, jetzt mal... Also, jetzt mal no joke. Alle von uns haben doch schon mal gesagt, ich wäre gern Hund. Mal für den Tag. Einfach mal rumliegen. Nur scheißen, fressen, schlafen, spielen. Wie geil ist es, ein Hund zu sein, Junge. Holy shit, Mann. Und die Eier abgeschnitten zu bekommen, Würmer zu haben, die ganze Zeit an Arschlöcher zu riechen. Ja, okay, vielleicht doch nicht so geil. Okay, Mann. Okay, Mann. Ja, okay, Mann. Ja, okay, Mann. Oh, ja, da sind sie wieder, da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Ja, komm, er hat einfach Aufzug. Er hat einfach den Aufzug genommen, guck mal. Warte. Oh, oh, was macht sie da? Nächstes TikTok. How did I not know this? Okay, what are we about to learn today? That we already didn't know. Ich schwöre dir, ich verspritze immer da die Hälfte von der Milch. Ja, Digga, ich glaube, es ist so ein Lifehack, dass man nichts verschüttet, Alter. Kennst du das, wenn du immer daneben schüttest? Echt nicht? Nein, ich schütte nicht. Bro, nee, schütte immer daneben bei Milch, wenn man die so aufschneiden muss. Was macht der denn da? Ja, okay, übertreib, Digga. Okay, übertreib. Okay, so you have to cut a paper airplane out of a piece of the carton. Here's my guess. I think they're creating something that's gonna make it easier to pour, right? Hey, bro, warte mal. We can all show them, right? Okay, what are you getting now? Oh, the moment of truth. I think I was right. Ja, okay, dann passt. Okay, cutting that piece off the Milch, it's gonna make it easier to pour. Watch, perfect pour. Es läuft genau an der Tasse vorbei. Es läuft genau links und rechts dran vorbei. Lukas? Ey, Valve stirbt dem Video bei TikTok? Das war ein Lach-Huster. Achso, Corona, Omikron. Alter, ich bin gestorben gerade. Das Kinder auf dem Jet-Ski? Äh, kein Geruch. Die retten das, Digga. Du dummer Idiot, Mann. Seid ihr aus? Denk mir aus. Wenn ich in der Badewanne liege und mir dazu eine Shisha raufe, ist das natürlich einfach Luxus. Lass ihn doch. Digga. Dann wurde so weggebuzzert. War nur so geil. Das war einfach ich, Junge, wenn du dich schon richtig vorbereitet hast, deine Mama zu sagen. Oh, ich hab voll Bauchschwer. Mama, mir geht's wirklich gar nicht gut. Ich hab, ich hab voll geschissen. Kann ich heute vielleicht daheimbleiben? I'm out of ice. Was? Oh, no, no, no. Spider-Man. Oh, my God. Spider-Man. Oh, my God. Digga, dir geht's aber gar nicht gut, oder? Digga, was geht denn jetzt ab? He looks like a balloon. Oh, my God. No, it's fine. This is all your fault. Gut. Ja, dann beenden wir jetzt auch die heutige Episode mit einem dreifachen Ahaha. Ahaha. Leute, lasst ihn auch mal da oben, aber wenn ihr da noch mehr davon sehen wollt, dann schadert den Daumen ins obere linken Naselloch hinein. Ich hoffe, er war vorbei. Hör da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.